Schafes ist der Beste, man tuner, jeder, der kommt da nah, in der Schumme, Schafes werden alle frische, jeder ist wieder größer. Jetzt haben wir die größte Marder, jetzt haben wir die Lehren ein paar Stunden mit Sputten, weil Cezanne hier in den Himmel, okay, das hat die Leute gesagt, das ist eine gute Idee, das ist ein Himmel, aber lassen wir sehen, wie sie die Kimst aus mit Menschen. Lassen wir sehen, ein paar Stunden mit Sputten. Das bleibt gleich noch ein paar Stunden mit Siseroy, Kabul ist der Teure, Mamed, Arsina, Nase, Nishma. Ah, die ganze Welt steigt im Wartof, Kabul ist der Teure, der Teure ist der Teure, der Welt ist der Schafen geworden, aber jetzt kommt ein paar Stunden mit Sputten. Lassen wir sehen, wie die Kimst aus mit der Zweiten. Lassen wir sehen, Udam-Nikir bekissoi, 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 Lassen wir sehen, das ist mit der Schiffe, das ist Lombayis, Lassen wir sehen, das sind die Kenzaren herrliche Jeden der Heim. Oder bekissoi, wenn wir sehen, in Geld, wie sie die Kimst aus mit dem Geld sind, das ist eine ehrliche Jede. Als man baut Geld von einem, darf man bautzul, als ein Mensch baut Geld, das ist ein Kind des Mann aus Peru, wenn man zu Hause geht, nimmt man baut, das ist damals in der Bautzul, nicht? Ich steite in der Teure, Läuverusche, 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 habe ich so liebten, wie die fliesst in den Himmel, Matten, Teure, Paschis, Amusa, Paschis, Mischputem, Läuverusche, Läuverusche, wie hältst du auf der Welt? Wie hältst du mit Geld, Sagen? Ja, die Borg ist Geld, darfst du bautzul. Kann ich, kann ich kein Geld zu bautzul, bautzul zu bautzul, bautzul zu bautzul zu bautzul. Ist, äh... Verzallt der Rebbe, der Hinkedigir, er hat schon getroffen, auf den Weg heraus zu werden, aus Hinkedig. In ergetracht, er geht, dass er sich nicht mehr von dem Stoib, was macht, was er die Klamm, in der Stoib für Mischung, in er hat sich raukwitzt auf dem Bäum, ausgemischt der Stoib. In ergetracht, er hat sich raukwitzt auf den Stoib von den Stoib, in er sagt, warum ist er ein Stoib? Wo ist er ein Stoib? Er hat uns schiefet ihn, er hat sich raukwitzt auf seine Juhren, seine Tee, wo ist er ein Stoib? Er hat sich raukwitzt, er muss warten, jeden Tag, nachher, nachher, nachher. Er schreit, er will sein, geht, ich will sein, ehrlich. Er muss sich raukwitzt, er wird ein Stoib, aber wie bald er hat sich gewonnen, von den Stoib in den Mischung, haben wir gewonnen, als er gewonnen hat, er ist ein Schiege in der Zaddiike. Das geht, dass er lebt, dass er Piramasi ist, er hat uns maßes, das weckt auf einen Menschen, wie schläft, er liegt auf einen Passach, er hat uns gezwungen, er hat uns gezwungen, in der Maße, er hat uns gezwungen, Ischass, Semess, Reneitz, das ist ein Leben auf der Welt. Was heißt, wir sind ein Zaddiq? Wir haben angefangen zu bleiben und einen und einen zweiten. Die sind schuldig. Wir sind allein zu schuldigen. Wir sind allein zu schuldigen. Was soll ich dir? Wir sind gesundig. Was soll ich dir? Ich darf schuldigen. Ich habe die Gefahr zu dem Rischen. Was ist dir gesundig? Klar, ich bin geblieben, die Frau. Meine Frau. Meine Frau ist schuldig. Okay? Die Frau ist schuldig. Ich habe mich aus Fingern gehalten. Ich habe das Schirm gedreht. 130 Jahre. Ich habe zurückgebracht von der Frau. Ich habe mich aus Fingern geblieben, den 13 Jahren秋 spotten. Was so fehlt. Wir sind geblieben, wir sind geblieben. Der Dreun ist geblieben. Er steht noch 13 Jahre. Er steht noch inst'veren, Er fragte ihn, ob derLEG und die man neu fasst sorgt? Was wer ist?! Der Dreun ist geblieben, áis passe claiming dass man hier vorneschtet. Den dreun ist geblieben. O ses�нибудь사 traditions, was er denn nicht tut. Die Welt ist so groß, nicht die halbe Welt, nicht die halbe Welt, nicht die halbe Welt. Wo ist die Steinping wie die Stadt? Wo ist meinst du, dass die Erde dich zinnen, die gehalte Brüder? Es wird geschlossen, dass sie nicht so groß sind, die sie nicht so groß sind, die sie nicht so groß sind. Schliegeln! chliegeln! Ich habe keine Schiebetin. Ja, ich habe keine Schiebetin. Aber wenn du dich in der Welt bist, dann hast du gefragt, wie du dich in der Welt bist. Aber was? Ich habe keine Schiebetin. Aber was? Der Medrisch sucht, warum hast du dich nicht beschaffen, gleich oder mein Gott. Du hast dich beschaffen, die Welt. Als es gewinnt, jeder hat einen Gata pur. Warum hast du dich beschaffen, kein Mensch allein? Du hast dich gebeten, kein Mensch, das will man. Das war ich. Okay, du hast dich, ich habe dich zu schaffen. Was ist das, was ich beschaffen? Wie ist das? Der Medrisch, weil der Medrisch so wie es ist, er hat gleich gebeten zu tun, er hat sich aufreden. Ich habe gedacht, wie lange das ist beten? Ich habe das nicht geschaffen, wie immer immer alles recht zu tun. Also, weil wir in der Welt sind, ich darf es nicht. Beten, wein für den Chirch, nicht aufbüchern. Was darf ich immer so schwer, um einen Chirch? Wenn man den Schilder geben kann, dann ist es gleich Stoßen. Er weint, der Schilder, der Schilder, der Schilder. Schon du hast das Schilder. Man war beschuldig. In diesem Moment ist nun der Masse, wie bald hat er ausgegossen, zwei Sorten Stäuben. Mischigen und Zadik im Stäub. Er war Mischigen und Zadik im Kitzeltreiber. Die ganze Masse. Jetzt haben sich einer dem anderen ausgearbeitet. Bis, wo er hingeht, er hat verstanden. Er ist schon keiner geblieben, nur der Ausfindige von der Oberst. Er ist zurückgegangen und hat ausgekehrt den Stäub. Er hat ausgegossen, nur Stäub von Zadik im Stadik. Als alle da haben wir erst angekommen, hat er angefangen zu quitschen und zu schreien. Er hat geredet, er hat geschrien, er hat schieven. Er hat getroffen, ein Mensch dort. Die Hinkedigge, wo sie gesetzt sind auf dem Bäum. Er hat geredet, also er hat geschrien und hat geschrien. Er hat geschrien, dass er auf dem Bäum. Wie der Gasler hat ihn gesehen, hat er angefangen zu schreien. Er weiß nicht, er hat anzeln, er hat anzeln, er hat anzeln. Geh mir anzeln. Er hat geämpft. Er hat geämpft. Der will schieven. Er hat geämpft. Es können gehen, wenn er zurückgegangen wird, was er abgegangen wird. Der will schieven, wenn er schreien. Der ist gewohnt. Ein Mensch wird gewohnt, er wird zadig. Er läuft nach ihm, er zieht vor dem Zadiken. Auf dem Geld, wo er ausgegangen wird, was er geämpft hat. Es ist schuldig Geld für Menschen. Es ist geboren Geld, es ist ungesetzte Geld. Es ist gemeint, es macht ein Business. Die darf es bautzulen für dem in dem Menschen. Wenn die sich da jetzt es rüber geht, es kommt raus, kein Geld für seine Häufe. Das ist nicht so, man macht das ein Zilzeln. Das ist... Das ist ein Zadiger, weil die Menschen kennen. Blaben trinken da, eine Zeruhe und trinken Kaffee. Wir suchen eigentlich. Also wir achten hier. Er kommt da raus, er will bautzulen für seine Häufe. Es ist schuldig für gemachem Geld. Es ist schuldig für Menschen Geld. Das ist ein Zadiger, ja, ein Mensch. Ich habe ungesetze, was will ich tun? Ich schille dir Geld. Ich gehe ja rein, gehe ich von Haus zu Haus. Ich mache ihn noch 10 oder 20 oder 100. Ich gehe ein Bautzulen, du hast es ein bisschen. Ich gehe ein Bautzulen, ein bisschen. Ich gehe ein Bautzulen, dich auf, dass ich komme. Ich schreie, der Rass geworfen. Er schreit, ich richtig schief. Okay? Gehüten, gehen wir zurück. Der Geld, das wir zählen nehmen. Jetzt ist es einfach, ich versuche es mit Sputem, was gibt es mit Sputem noch Jesuheit. Man steht noch Kaboules auf Teure. Hier, man steht noch alle mit Reiges. Lass mich sehen, wie die kommt aus mit Menschen. Lass mich sehen, wie die kommt aus mit Geld. Und im Nicker bekissen. Lass mich dann mit Geld. Gebt Achtung. Da habe ich gesagt, Endlich alle Menschen sind schuldig für sich Geld, wie alle sind schuldig Geld für zwei. Lass mich sagen, wir hätten mit sie kracht. Ich dachte, jetzt kauf ich mal nach. Hier, sie kostet man 100 Dollar, 150 Dollar. Wie viel sie kostet? Borg man 150 Dollar. Fass borg man 150 Dollar. Wie geht es das Bautzulen? Ich gehe ein ganzer Geist. Fahre ein Borgens, dann muss ich sehr klar. Weil alle Geistbeine stimmt. Aber noch ein Borgens, Miss Calculations. Was ist Geld gemacht? Wo ist das Geld gemacht? Er wegzulegen. Wo ist das Geld gemacht? Geld gemacht zu nutzen. Geld gemacht zu nutzen. Geld du nicht kann aber zu suchen. Das ist nicht du. Das ist nicht du. Das ist nicht du. Fein, hast du Geld? Wir können leben. Fein, hast du aber Geld. Weißt du, was ist das? Was kaufen für Tanzina dir? Was machen das? Der hat das Geld. 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 Der hat das Geld gemacht. Dank dem Ei. Immer, du bist Kinder. Die jüdische Frau, die nicht liegen. Nein, die nicht liegen. Was ist das? Was ist das Problem? Der hat das Geld gemacht. Ich darf nicht gehen. auf der Klinik-Ladies. Und die桂 sage, nein. Ich will nichts als Jau. Der hat das ganz ehrlich gesagt. Sie wird beten, ich darf noch helfen. Die sagen, ich kann Geld. Die kost mir Geld. Die beten mir Geld. Und die nimmt mir Geld. Und die sage, Unbezügendigkeit! Die kost mir, ist es kost mir. Zit ist kostig? Aber wenn ich jetzt mal ein Geschenk, wie viel kostet ich trinken, Schabbes? Dann machen wir bei Engeladen, mit Schäfen, Bromfen und Wahn, jede Schabbes. Wie viel kostet ich trinken, jede Schabbes? Ich sage, wie du kennst du schon, gehst du mal ein Geschenk, jede Schabbes? Wie viel kostet ich Wahn? Wie viel kostet ich trinken? Ich mache ein Geschenk. Wie viel kostet es gretelig? Jede Jure an Umhang, denkt du, du bist? Jede Jure. Ich mache das Geschenk. Wie viel kostet es gretelig? No, wie viel kostet es? Ich mache mich gefragt, ob die Preise ist, die Preise schonherauf. Wie viel kostet es? Ich gehe es in den Kog, es ist in den Trenn-Tisch. Ich sage, in den Trenn-Tisch, wie viel kostet es? Ja, die Preise, no? 70 Dollar ackert, wo kostet Sie 70 Dollar awech? Ja, ich weiß, wie viel reicht es. Schäuhe, 70 Dollar awech? Ist das Geld, gehad auf den Schwernab. Ja, das Geld auf den Schwernab. Nicht auf die Branche, das Geld auf den Schwernab. Da sind sie ein bisschen mehr keurig. Die meisten sind mit der Frau, die kommen überraschend. Die Nerven, einmal die Nerven werden übergerissen, die Weiswesigkeit laden. Die Nerven-Mensch laden nicht, das ist in einem anderen Land. Wenn ein Mensch hat die Nerven, dann ist es nicht du. Schau dir einen magisch, Weiswesigkeit laden. Der Mann laden. Der Mann schläbt sich jetzt mit einem, was läuft immer noch in die Gassen. Der Mann schläbt sich mit einem, was wäre schuldig in dem. Wäre schuldig in dem. Du bist ein Mann, was läuft auf der Zulekoll. Du bist medisch. Der Mann schläbt sich mit einem, was ist die Verzeilen. Du bist mit einem, was läuft immer noch in der Zulekoll. Du bist mit einem, was läuft. Und er ist ein starker Mensch. Als damals kommt der Mann an die Zulekoll, schickt mir eine zu schnitten und schickt eine Maschle. Einer, der ist jetzt angefangen. Er weiß noch nicht, wie ist es. Er kommt und er läuft. Ich wollte nur zwei Cases. Einer, der hat einen schnitten. Jetzt ist der Mann, der allein in der Zulekoll. Ich bin ein bisschen blöd. Aber noch nicht, du... Das heißt EDP. Einer geht da raus, eine Nervenkracht. Kann man nicht schickt mir eine Maschle. Weil ein Mensch, wenn es bei einem kracht der Nervenkrieg ist, wenn es bei einem kracht der Nervenkrieg ist, kann sich schlucken mit einem Menschen. Rief man gebeuren. Du, ein Mann, was läuft schon elf Jahre, du in Willensburg, zu zwölf Jahre. Man rief die immer raus. Du, man schluckt sich mit einem Menschen. Kannst dich nicht vorstellen, was geht der Rieber auf jüdische Frauen? Ja, jede Woche. Noch eine Frau ran, in bei der Schule. Noch eine Frau, noch eine Frau. Wo ist es? Ich frage mich, wo ist es? Von einer Sachkinder? Was ist von einer Sachkinder? Man macht noch eine Sachkinder wie eine Mutter. Eine Mutter hat sich mehr Kinder. Wo ist es? Von kleinen Dieren. Dieren sind noch größere Dieren wie eine Mühlige Zeit. Wo ist es? Es kommt von dem, aber der Mann. Er rächt sich mit der Frau. Ich bete ihn. Geh mal eine Gäute. Pläne. Geh mal eine Kleine. Geh mal eine Gäute. Ich glaube, dass wir da verreden von dem. Ich glaube, dass wir da verreden von dem. Wieso weißt du, wo sie reden? Wieso weißt du, wo sie reden? Aber dann stellt sich darauf, dass wir uns ein Verhalten haben. Eine Menschen können losen Messages hören. Sind wir Kimslam, wir suchen von 100 Messages? Es gibt 15 Frauen, die suchen ein bisschen mehr Reden von dem. Und dann gehen wir in die Gebiete. Frauen lassen Messages, wenn wir mehr Reden von dem. Wir müssen uns ein bisschen mehr Reden von dem. Aber wir müssen Geld für die Klinik-Ladies geben. Wenn Menschen sollen losen Messages, müssen wir reden, dass sie mehr Reden von dem sind. Ich kann es nicht gleich, wenn Menschen sollen sagen, dass sie nicht mehr Reden sind. Wo ist es kostet das? Wo ist es kostet das? 50 Dollar? Wo ist es noch ein paar Schuhe? Noch ein paar Schuhe? Wo ist das? Dann werden sie liegen auf der Erde in Waschenflos. Sie dürfen sagen, dass sie eine Mama für die Kinder. Sie dürfen eine Frau für die Kinder. Sie dürfen gehen aankaufen. Sie dürfen sagen, dass sie eine Bakker. Sie dürfen sagen, dass sie eine Nerds. Sie dürfen sagen, dass sie eine Schule machen. Die Frau darf alles stehen. Als eine Frau, die kostet mir, die kostet mir, die kostet mir. Wasch allein so. Wasch allein so. Zulayge, wasch die auf. Krieg die auf der Flur. Du sagst, verdammt. Da war ein Schuhe zu waschen. Bis Kisses. Vergeht. Soll das schon bei 60 sein? Die Haltas darf dann jeden Tag. Ich fahre zwei Schuhe, eine soll du helfen. Ich sage, nein, es fehlt die Schuhe. Einmal erwachen wir schon ein Genick. Diese paar Schuhe zu mir spüren. Sie kommen jetzt paar Schuhe, sie kommen Kabulisatoren. Bis geworfen Poski, Samusa. Sie geworfen Mama, Shazam, Adraigif in Kabulisatoren. Jetzt paar Schuhe zu mir spüren. Lama sehen wir die Kims doch aus mit Menschen. Lama sehen wir die Kims doch aus mit den Kindern. Lama sehen wir die Kims doch aus mit den Kindern. Die Kims doch aus mit den Kindern. Die Kims doch aus mit den Kindern. Die Kims doch aus mit denen. Zwei Schuhen, die Kims doch aus mit den Kindern. Dass sie mit den Kindern verändern. Sie haben da ge sécurité. Sie sehen eine Kirche in der Mitte. Sie sehen dann, sie sehen, sie sehen dann, sie sehen sie. Die Chazale schauen. Menschen sagen achtig, nicht die Cheppen und die Frau. Sie sehen sie mit den Kindern. Sie sehen, sie sehen die Frau an. Sie sehen, sie sehen. Sie sehen, sie sehen, sie sehen. wenn es ein King ist, wenn er ein King ist, dass der King weiß. Wenn er ein King ist, wo er auch so ist, er war nicht sicher, weil er Frau weint schneller. Als sie weinen ... Es ist der Herr-Moholitzel, nach dem er in den Großsch 끼cht. Ich werde jetzt sagen, dass ich das Schmiel wieder meine Mutter. Ich habe die Kinder. Ich habe die Kinder mit zwei Wabe. Schmiel mit Penino. Penino hat noch ein Kind, noch ein Kind, noch ein Kind, noch ein Kind. Zehn Kinder, Schmiel war kein Kind. Ich habe keine Pusik, dass Penino Pflege, Cappen und Schmiel. Wie bist du da an der Roze gegangen, habe ich es gekauft in Shopping? Wie bist du da an der Roze gegangen, habe ich es gekauft, habe ich es ein schöner Outfit für dein Baby. Gezappet. Gezappet. Sog in der Chazale, lasst ihr den Singat leschem schon mal. Was sieht gewesen, wenn ein Mensch weint, kann ein Poil nicht schießen. Und sie gedacht, ich will doch, dass sie so um Kinder, ich will nicht schappen. Also hat sie doch getausweinen, hat sie um Kinder. Das ist doch gelungen. Aber die ist seit nur dem Penino, alle Kinder von Penino sind ausgestorben. Und mit dem Tatsch, der Gru, der wach, der Gesäder, sehr schreien, der Pusse, im Anay ta'anay oesoi, ki im zu eki zekalai, schmoya eschma zakuze. Wie ist der, ki im zu eki zekalai? Im Anay ta'anay oesoi. Die ist schappen in einem. Auch viele mit den Chashen, ki im zu eki zekalai. Die schappen ist da, weil die will, sie soll schreien. Das ist nicht okay. Wie kommt es je an die Ahren, sah sie. Eher hat es gehoffet. Aber schmoye eschma zakuze. Und in Abishalupit, in Mushitait Vater, in Churupi, in Wiesitait Vater, in der Toyre, in Fietous, aus der Pusse. Der in Wach, gibt es Parchi's, mischpoot'em, nur Parchi's, Kaboulis, zu eurer. Wir sehen uns, dass wir uns auf einem Ausgarten haben, die Paschkis am Musan, in Kabul ist der Teuer. Der größte Moment, der größte Tag, der wir in der Welt sind. Wir waren in der Welt, der ist der Ergebnis sehr teuer. Jetzt lassen wir sehen, weil wir die Sput im Ashtuz im Lufthayen haben, lassen wir sehen, wie die Fieste kommen mit Menschen. Lasst uns sehen, wie die Fieste kommen mit der Bar. Wir können Schöpen haben. Bis zum nächsten Mal.